Superschön die Insel hier. Jetzt kommt die Sonne raus und es ist einfach nur herrlich. Jetzt können wir gleich die Jacken ausziehen, glaube ich. Und Daniel holt jetzt gerade schon die Pfanne oder kommt jetzt da? Da kommt er gerade und holt uns ab. Let's go man, du schaffst es! So, das Fleisch braucht noch ein bisschen, aber der Toast ist schon lecker braun geworden. Scheiß! guten morgen erzähl mal was morgen ich habe abgespült jetzt trockne ich ab wir sind noch mal auf der insel und erkunden sie noch mal ein bisschen das ist raus sie ist erleichtert und hat es geschafft hello superschön die insel jetzt kommt die sonne raus und es ist einfach nur herrlich gleich die jacken ausziehen glaube ich und dann hier wurde jetzt gerade schon da kommt er gerade und holt uns ab jetzt zeigen wir euch noch mal hier auf der insel gibt es nämlich drei große lagerfeuerplätze da hat man auch ein bisschen holz die das kleinkriegen wissen wir noch nicht aber ich denke mal die stämme werden einfach so ein stückchenweise immer reingeschoben so sieht es hier aus wie schön und mit einer tollen aussicht auf jeden fall und rum nur stille so und hier ist die zweite lagerfeuerstelle auch sehr hübsch gelegen wir sind jetzt mal hier zur rezeption gepaddelt geradelt wollte ich gerade sagen jetzt haben wir uns hier einen leckeren kaffee und cookie und muffin und julian hat auch schon eine beschäftigung der spielt nämlich mit luna das ist der hund hier jetzt musst du rennen jetzt machen wir mal mittagessen nudeln mit tomatensoße oh das war nix einmal die nudeln einmal tomatensoße die jungs die sind auf der insel und wollen einen damm bauen und fische fangen ja die sind glaube ich schon weiter rein da haben wir hört sie ja da hinten stehen sie glaube ich nicht ob man sie sieht hier ist unser ganzes zeug trocknen wir handtücher da sind die wasserkanister es hat auch schon ein bisschen geregnet heute als wir gerade im kanu zum festland gepaddelt sind sind wir ein garten komme in den garten bisschen regen stört uns nicht genau so ja da hängen die badehosen hier sind noch unsere formschönen badeschlappen da sitzt markus vorm klohaus und kocht neben dem klo so ich drehe mich einmal dann könnt ihr das mal sehen da ist das festland und das da ist eine insel und die kinder sind gerade mit dem kanu darüber gefahren und bauen einen damm die wollen nämlich fische fangen ich glaube die sind ungefähr da und haustiere haben wir natürlich auch und zwar oder floßtiere da da sieht man sie doch ganz gut eigentlich schaut mal hin lauter so kleine fischies auf jeden fall leben sie nicht so ganz ungefährlich weil da ist nämlich unser grill oh die kinder haben einen stamm gefunden oh jetzt schleppen sie aber da rum schau dir das mal an was die da rum schleppen der stamm für den damm ich bin gespannt ob wir vielleicht doch fische heute zum abendessen bekommen statt hühnerfleisch was wir mitgenommen haben so sieht unser youtuber job hier aus ich filme wie markus fotografiert und markus fotografiert wie ich filme nebenbei werden nudeln gekocht und die kinder sorgen für das abendessen und die kinder sorgen für das abendessen wir sind gerade nochmal auf dem weg zum festland und holen eine neue kartusche in der rezeption und wir entspannen uns hier der julian und ich wir sonnen uns ein bisschen und genießen einfach den ausblick da sitzt julie da sitzen sie wir haben feuerholz geholt für ein großes lagerfeuer hier auf der insel heute abend heute nacht wann auch immer und gas haben wir auch noch geholt wir waren kurz in russland und haben das gas geholt genau dritten abstecher gemacht bitteschön jetzt können wir wieder essen machen Unser Großer versucht immer noch Fische zu feiern er ist aber sehr erfinderisch und sehr ehrgeizig wir sind am ende des Seas Super schön heftig und absolut ruhig. Super schön heftig. Super schön heftig. So, hier ist unser Zeltplatz. Da sind wir, gerade mit dem Kanu, hier rumgefahren, hier an dieser schönen Insel vorbei, wo das einzelne Haus steht. Sind hier hinten rum, da lang, einmal hier hinter, wieder zurück, hier entlang und dann hier wieder so und so und so. Hier ist der Campingplatz und hier kommt man aus. Ich habe Feuer gemacht. Er wedelt hier schon eine Viertelstunde. Aber jetzt glüht die Kohle. Guckt es euch an. Gleich gibt es leckeres Fleisch. So, das Fleisch braucht noch ein bisschen, aber der Toast ist schon lecker braun geworden. Schwarz. Ja, schwarz. So, da bist du aus und öschst du. Und nachher ist er. Da fällst du gleich hinterher, das schwöre ich dir. So schnell guckst du gar nicht. Okay, ich bin lieber vorsichtig. Daddy, ich glaube, das fällt aber gleich. So schnell guckst du gar nicht. So schnell guckst du gar nicht. Das ist gar nicht heiß jetzt. Was? Die Kuh. Aber hallo. Das sieht jedenfalls nicht so aus. Oh doch. Das ist noch sehr heiß. Guten. Guten. Du wirst euch schmecken. Und jetzt spielen wir noch ein bisschen Verstecken auf unserer Insel. Drei Durchgänge haben wir schon hinter uns. Und jetzt gucken wir uns noch ein bisschen den Sonnenuntergang an. Das ist ja ein schönes Plätzchen hier. Toll. Hallo. Da ist unser Tee. Da ist es. Ja. with toes Schmerzen ein So, jetzt haben wir es geschafft. Das Feuer brennt. Familien-Teamwork. Ich habe den Marshmallow drauf. Der sieht aber gut aus. Wow. Achtung. Wow. Wir verabschieden uns. Gute Nacht. Gute Nacht. Jetzt ins Bett. Wir sind jetzt am Bratfallet angekommen. Einen schönen, tollen Wasserfall. Den zeigen wir euch gleich, aber erstmal müssen wir uns stärken. Mittagessen. Sommerkacker. Das Brot mussten wir unbedingt probieren. Dazu gibt es einen Garnelensalat und noch ein bisschen Hähnchenfleisch. Ja. Das Brot. Das Brot. Der neue Teufel. Ja. Ich bin jetzt am besten.